Weihwasserwache Weihwasser? Weihwasserwache ist das hier Junge, macht er seine Tastatur gerade kaputt? Wer? Du? Wieso? Oder war das bei Benel? Hä? Da ist der Magier zu Hä, da ist der Magier zu? Und auf der Brücke wartet das Drachenherz Ich mach mich unsichtbar, damit er mich nicht angreift Da ist er noch Oh, der hat euch schon gesehen Fick dich Da läuft der irgendwie weg Wo ist denn der jetzt? Der ist immer ein komischer Drache Sau, Alter Das ist ein Drachenherz Wenn man die Story gelesen hätte, dann wüsste man was die Sache ist Na, wie ich danach kopiere, ist der richtige Drache Und da flog Aggie Ihr solltet den unter einem Baum bekippen Wir sollen nicht wegfliegen können Nein, damit ihr nicht wegfliegen könnt Machst du das Guck Der schmeißt euch nämlich weg Der schmeißt euch nämlich weg Fick dich, Alter, ich bin hinterm Baum, ey Das ist Sinn, Alter Ja, das will ich Ich kann mich nicht mehr heilen Ich kann mich nicht mehr heilen Du hast nämlich grad voll die Agro Ja, weil ich ihm voll Schaden gemacht habe Jetzt hat er die Agro, jetzt kanns wieder rangehen Ich hab mein Leben mehr Das ist ein Problem Ja, und ihr solltet die kleinen Schleimis auch wegklopfen Aber das werden immer mehr Wow Ja, sehr tief gefallen Was ist denn der Sinn, Alter? Ich bin hier runtergeflumpst Bei dem Boss ist zum Beispiel Aggie gut im Vorteil wegen den Zauber stellen Den Zauber hinterherwerfen kann Aha Alter, ich komme immer mehr von den Viechern Oh, vielleicht bin ich weg Wo bist du denn, Alter? Hier unten Ich bin runtergefallen Junge, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Äh, Dings runterlaufen Oh, ich bin eher Ich muss kurz regenerieren Du kannst doch sterben, Alter Oh, ich bin tot Kann der mich mal ganz kurz in Ruhe lassen, bitte? Oh, ich bin auch gleich tot Wie viel Leben hat das wie? Äh, jetzt hat er noch 152 Noch 122 Er startet bei 250 Problem, ich habe nichts mehr zum Heilen Du bist selber der Heiler Ja, das dauert aber immer Abflinkzeit und so Wenn er jetzt zu zweit spät ist, ist es eigentlich wichtig, dass Flo zuerst reingeht und dass er auf die Fresse kriegt, dass du ihn heilen kannst Der Nachteil ist halt, dass er zu zweit spät ist, dass er zu zweit spät ist Was? Boah, muss man denn, deine Questaufgaben hier anders, Alter Das ist halt ziemlich leer Sing was? Sing was? Reifeisenversteck 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 Das ist nicht die Reifeisenversteck Das ist nicht die Reifeisenversteck Den soll ich mal nicht so hochheben hier, man wird schwindeln Auch nicht die Wölfe, ne? Ich versuche immer oben drüber zu bleiben Ja, ihr habt den ersten Ja, wir haben den ersten Und wer hat das jetzt gelootet? Irgendeiner von einer Schilder hat Ninja looted Was gelootet? Das Ei Der hat ein Ei getroppt Das braucht ihr als... Ich hab kein Ei, weil die alles voll von mir Intakter Schleimkern Ja, das ist voll was anderes Ja, da steht Questgegenstand Ja, der ist eine andere Questgegenstand Achso hier, Weißlauf Drachen Quest Das ist halt Okay Das braucht jetzt zweimal Ja, viel Spaß Und ich hab's Ach guck mal hier Gameplay Ach guck mal hier Hier hat uns verheimlicht Ja, hat er gar nichts gesagt, Alter Hier gibt es schon richtig Die Party Ja, wo war Der hat's doch schon grad eben gesagt Wer? Ja, Flo Ja, Flo Hat gesagt, Ralf Eisenhöhle Achso Du gehst hier einmal runter, hier ist alles kaputt Guck mal hier ist Äh, ich glaub, der wird uns angreifen Ach du Scheiße Oh ja, der schießt mir voll den Arsch Tschüss Die sind nicht so stark, Herr Lacks Verlässt du seine Komfortzone? Ne, ne Ne, ne Das sind NPCs So, und der... Wenn die sich ihre Rufen laufen, sind das immer NPCs Und warum konnte ich das Feuer nicht ausschlagen? Weil... Das ist eine Blockveränderung darstellt Oh Geht ja auch wieder irgendwo einmal Oh Äh, ja, wenn ihr unter der Brücke steht, könnt ihr links ganz einfach hochlaufen Unter der Brücke stehen? Ah, da guck mal Links Gibt's hier immer oder kannst, kann man die irgendwie anders hochgehen? Hm? Ne Wo, was denn? Ja, wenn man hier jetzt... Guck, hier kann man nur hochhüpfen, ja Hier geht's nicht Äh Ja Was war denn das, Alter? Das war euer erster Bossfight Nein, ich meine, was sie gerade explodiert ist Achso Und kommt der nächste, Lükscher? Äh, drei Minuten respawnzeit Also, von Todeszeitung aus, das ist ein bisschen was, ja Ja Ein bisschen, ja Da könnt ihr euch auch mal wieder sammeln Was heißt nicht sammeln? Ich hab nichts mehr zum Heel, oder? Warum sammeln irgendwie hat das so ein Ei? Schlimmer ist, äh, nix mehr Also, ich hab nichts mehr anderes zum Heel Aber naja Ja, kannst du ahnen Warum soll ich denn Swings und eine Bow nehmen? Woll ich nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Was nimmst jetzt? Ich hab nur noch einen Platz frei Nimm das jetzt Ich hab nur noch einen Platz Lassen wir dich mit der Flova Krempel Das soll doch eh gleich wieder einer ein im Kampf Magma Creme Äh, wahrscheinlich, ja Ach, ok Ich hab übrigens schon Ich hab an der Stelle keine Killabfrage gemacht Ohne Abgabe Abfrage Wie viel Leben hat der so? 250 Ich glaub wir würden den schneller totkriegen War ein bisschen Kacke Theoretisch ist das für einen Level 4er zu töten Ja Du Kacklacken sprichst die Tappe runter Nee, äh, ich Bin rückwärts gegangen Und dann hab ich das nicht gesehen Und dann bin ich gefallen Ah, da ist er wieder Heingriff Warte, Alter, immer mal die Viecher spawnen hier Heingriff 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 Zauber Volle Kanne Euch doch Die Floh prügelt rauf Wie er sagt So meine Viecher hier Der hat mich runter geschlagen Ja, super Der hat mich runter geschlagen Abhauen hier Von wieder hier Alter, durch den Block durch Ernsthaft? Heingriff Tiefige Viecher War das Zufall oder kann er das immer? No, er kann das immer Kann ich immer Das einzige was dich durch den Block nicht trifft sind normale Hits Der landet übrigens unten auf dem Boden Im Hunder laufen Siehst du da bin ich runtergefallen aber ich habe ihn doch nicht angeschlagen was zuerst in seinem sichtradius ist jetzt ein stück weglaufen wenn jetzt schießt man auch die magma greifen uns auch an wieso schießt er wieder die frage ist da schießt man auf mich immer noch zu nah dran bist ich mache immer 0,9 leben nur 1,2 junge das schwein alter hau ab du benutzt auch nur dein t2 schwert bei dein t1 schwert ist das t2 schwert weiß ich nicht ich will jetzt gerade nicht gucken wenn man t1 macht dann nämlich nicht sehr viel denn jetzt kannst du wieder zurück eggy jetzt greift er ihn an die kerne kannst du übrigens einsammeln und bei der abenteuerre gültiging wird das ist ja gar nichts mehr Du musst den Flo heilen, der stirbt sonst gleich. Echt? Oh oh, drei der Herzen noch. Ich hab dich schon gehalten, ich hab auch nur drei Herzen. Okay, jetzt hab ich ein halbes angerissenes. Was? Jetzt bin ich tot. Ich war tot auf drei Herzen. Eiji, es liegt an dir, der hat noch 43 zu leben. Jaja. Wo bin ich jetzt hier gespawnt? In Weißlauf. In der Kammer. Ach, hör auf. Werner. Jetzt brenne ich schon wieder. Ich raste aus hier. Das ist geil. Aber ich brauche das. Ich brauche das Ei. Ich muss auf 400 Sekunden warten, ich hab das doch gar nicht gespawnt. Lauf da einfach schnell hin, das ist direkt um die Ecke. Na gut. Treppe hoch. Leckt das hier tierisch, oder was ist hier kaputt? Ja. Je mehr Monster da sind, desto problematischer. Ist mich tot. Weil ja nur Reggie war, Alter. Deswegen sagte ich auch vorhin, mach die, 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 die kleinen Scheisse. Hab ich doch alle tot gemacht. Du bist auch die anderen sieben. Äh, die schießen auch noch auf euch nebenbei. Okay. Ja, ja. So. Ich bin da. Da sieht das vielleicht mal aus. Der lebt ja noch, oder? Flo, wenn ich es richtig gesehen habe, ist dein Helm weg. Mein Helm? Ja. Ja. Das ist richtig. Ich hab keinen Einsatz da. Doch? Ne. Der spawnt jetzt aber wieder neu, ne? Ja. Toll. Ist der nicht tot? Ne. Wie ne? Ne, der war ja nur nicht tot, ne? Oder hast du zwei Eier jetzt? Ne. Ich habe nur Schleim, vier Stück. Hm. Oh, das kommt wahrscheinlich von den Viechern. Wo, wo muss ich nochmal hin, hier, Alter? Hä? Was war das denn gerade? Ey, wo kommst du denn her? Flo ist zum Haupteingang gelaufen. Oh, der ist im Scheiß zu dämlich, Alter. Oh. Ja, hallo. Flo ist zum Seiteneingang. Oh. Hallo. Ich kann mich... Hallo. 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 Jetzt haben wir alle mal Hallo gesagt. Jawohl. Das Pferd ist zu fett für die Tür. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Ob der jetzt wieder auf der Brücke steht oder unten ist. Also hier ist er oben. Ne, ne, der ist wahrscheinlich despawned. Was? Wenn keiner mehr in der Nähe ist, despawned die Viecher. Das wir eine Haselnuss essen. Was? Das sieht aus wie eine Haselnuss das gebratene Hütchen. Na, ich glaube, er ist weg da. So. So, das habe ich Tier 2. Du hast doch noch einen T1-Helm im Elementar. Habe ich? Das ist... Ach da... Ach da unten. Besser etwas als gar nichts. Mhm. Ja, aber also... Und jetzt, Aggie. Jetzt musst du Flo vorrennen lassen. Damit er zuerst ins Target genommen wird. Kann der nicht einfach hier auf der Brücke bleiben, Mann? Ja. Der geht theoretisch. Du kannst dir da hinten in den Turm rein prügeln, wenn du es schaffst. Da kann er nirgendwo mehr hin. Bispawned genau auf der Mitte der Brücke. Hier so ungefähr. Wenn du den da hinten rein geprügelt kriegst, kommt er da nicht mehr raus. Und dann bleibt er die ganze Zeit hier hängen. Mhm. Aber er ist tricky. Ja, ist eng hier, ne? Den da reinzukriegen. Ja, da kann er sich halt nicht bewegen. Mhm. Du kannst halt voll drauf jucken. Allerdings kann dann Aggie seine Zauber nicht mehr vernünftig machen. Aber was ich irgendwie nicht gut finde, diese Kleinfücher greifen mich an die ganze Zeit mit ihrem Feuerscheiß und der Große mit dem Feuerscheiß und die Hunde stehen nur doof da. So, für was sind die denn da, Alter? Die müssten eigentlich die Schleime wegmachen. Äh, die Hunde sind auf ihn gegangen. Ja? Die greifen den an, der sich zuerst angreift. Wenn die Schleime dich nicht an, äh, zuerst angreifen, greifen die die Schleime nicht an. Das ist diese Minecraft-Mechanik. Die Hunde greifen lassen sich zuerst an. Da ist er, da ist er. Ja, ich hab die gesehen, die waren die ganze Zeit bei dem Hammer. Komm doch runter, was ist das da oben? Der Affe. Wenn du den jetzt nach oben schlägst, dann... Jetzt ist er unten, aber er hängt hier fest. Jetzt ist er drin. Seine Prügelt sind wieder raus. Ich versuche, hier stehen zu bleiben und ihn nicht rauszuprügeln. Und du prügelt ihn raus. Ach, da hinten ist auch ein Ausgang. Ja gut, dann prügel ich ihn raus. Jetzt ist er an der Ecke. Jetzt einfach nur rein und rein da. Immer nur prügeln. Am Anfang geht das noch bei den ersten Musen. Ja, und wir machen so zu viel Schaden, glaube ich, um da einfach so zu stehen zu bleiben. Ganz schön davon, dass die auch noch andere Skills verwenden. Du werbst da oben einfach an. Dreck. 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 Dreck, wenn die Abhängzeit von deiner Heilung immer angelaufen ist, wirken die einfach. Ja, mach ich doch. Seitdem kommt die ganze Zeit klar jetzt. Ist er tot? Ja, ja. Ging deutlich schneller mit zwei. Hab ich das Ei? Das weiß ich nicht. Ich denke aber, ich hab nichts. Nö, ich auch nicht. Also, ich hab ein Ei und das hab ich auf und schon. So ein takter Slime-Kern habe ich? Ja. Können sein, dass er da oben ist, ja. Ich hab... Nö. Der hat es mir gegeben. Ich war zu nah dran. Äh. Dann nimm dir ein Looter, Alter. Obwohl ich unsichtbar war. Das ist aber Ei. Eislauf-Drachenei. So ab zu Jahren. Ja. Der gibt uns jetzt nicht. Komm, Egi. Du musst den Mondschlassen nehmen. Ja, und den ersten. Du brauchst da. Einen Mondstein. Ja. Ne, ne. Natürlich. So doof bin ich jetzt auch nicht mehr hier. Das wäre jetzt wirklich lustig gewesen. Ne. Wo ist er denn hier? Äh. Der geht nur in die Stadt. Ja. Ja. Ich höre ab und zu mein Zug. Ah, okay. Ja, er geht aber an eine Leiter. Du hast es gut erkannt. Ja, aber... Die führt zu einem geheimen Ort. Wo ist er ein bisschen? Siehste? Ich bin nämlich hier nicht so blöd wie ich aussehe, Alter. Obwohl man ein bisschen Dietrich hier braucht. Oh. Das kann ich gerade nicht sagen sogar. Ja, hab ich in meiner Tasche. Wie gibt mir die Tasche auch im Privaten, ne? Klar. Sicher. Ne, da braucht man tatsächlich keine. Oh, da ist sogar was für Egi dabei. In der, in diesem... Oh. Hier. Ich gebe ihm mal das Ei. Oah. Er will das Ei nicht. Dann gibt es doch... mal den anderen Helden. Jetzt hast du zwei. Hä? Oh. Wir hatten doch bei Jarl die Aufgabe angenommen, oder nicht? Ja. Wer will das denn was? Da stand doch was. Aber vorerst danke ich euch, dass weißt du, dass ich mir bedroht wird. Ah, jetzt ist es weg. Okay, das hat kurz geholfen. Du hattest zwei. Oh, so. Was hattest du doch für ein Eis eingesammert? Und ich hatte noch eine Kopie dabei. Ja, und was habe ich jetzt von ihm bekommen? Ja, du hattest zwei. Steht da. In deinem Chat. Kann ich die abkürzen zum Runter, oder dann muss ich die Leute wieder runter? Abkürzen kannst du, wenn du stirbst. Äh, alles klar. Na ne, dann. Gut, dann nehmen wir mal die nächste Quest schon mal an. Fürs nächste Rolle hier. Der Weg zu mehr Macht. Uh. Wie geht euch zum Drachen-Terminal? Möglich von Weißlauf. Die hab ich gelootet. Ach, die Leiter geht automatisch runter? Lalalalala. Hä, ich habe gerade gegessen, jetzt ist es... Ich habe gerade gegessen, jetzt sind da drei Knochen über zum Essen. Ich dachte gerade, die sind voll. Du hast ein Brot gegessen, das ist halt nur ein Fleisch. Ja, aber... Es war doch aber gerade schon beim zweiten. Na, ist die Koi. Oder ich habe mich verguckt. Das wird sein. Äh, wo bin ich hier? In der Küche kannst du Fleisch ernten. In der Küche? Ja. Vom Jal aus rechts. Was macht denn die Küche? In der Küche Fleisch? Aber hier ist immer ein Magier. Ist das hier nicht die Küche? Nein, das ist der Magier. Ich hab's doch vorhin gesagt, hier ist die Küche. Küche ist auch auf der anderen Seite. Ah. Nimm den Level ab endlich, Alter. Das hat auch den ganzen Tag gelohnt. Küche. Das Fleisch kannst du abbauen. Abbauen? Oh, hier ist noch ein Dings. Du hast die nächste Küche angenommen, oder was? Ich hab schon die nächste angenommen, ja. Und der Weg zum... Wow, was ist los? Ich hab mitgesoffen, ne? Alter Feiter, Junge. Hier, dass das auf dem Tisch steht. Ja, warte kurz. Kannst du nicht mehr gerade ausschlagen. Na, kannst du auch Regenerieren. Wenn du... Wie oft kann ich das abbauen? Äh, einmal alle paar Stunden. Das steht da, wenn du das nochmal versuchst abzubauen, steht da, wie lange ab der Zeit ist. Ah, okay. Man sollte lesen. Ah, sieben Stunden. Halleluja. So ein Tisch, ja, hier. Bei der Gesellschaft steht ja auch noch was sonst. Kann ich Käse auch abbauen? Äh, ne. Käse gibt es in Minecraft leider nicht. Klar. Nix, was dem ähnlich aussieht. Wird doch ein Schwamm. Stimmt, der Schwamm? Ja. Alter Neues. Alter Käse. So. Bitte schreib das in deine Wiki rein. Ja, den mach ich morgen auf jeden Fall fertig dazu, Alter. Bist du raus? Oder wo bist du? Ich bin hier beim Feuer. Hast du auch schon angenommen für die nächste? Ja, ja, ja. Zum Drachen und bla bla bla. Ja. Was zum Drachen? Drachentempel. Gebt euch zum Drachentempel nötig von weiß. Ich guck mir jetzt auf jeden Fall nochmal die Wiki kurz an. Ich sag auf jeden Fall schon mal Tschüss zu YouTube. Ihr süßen Mäuse. Kommt gerne mal drauf hier. Asgard? Nee, erst Minecraft, ne? Minecraft minus Asgard, ne? Asgard, ne? Asgard minus Minecraft. Das kommt so oft bei mir im Chat, ja. Aber gut, es steht ja auch am Anfang von jedem Video. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. sin Rektor. Tschüssi. ed